Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem Video auf Luzima Shows. Wir spielen Among Us. Ja, ich bin Lama. Ich habe noch kein Video auf diesem Kanal gemacht. Das ist jetzt mein erstes. Ja, wir werden ein bisschen Among Us spielen. Ja. Also, wir sehen uns euch in der Runde. Okay. Äh, ich spiele das Ganze auf Steam. Okay, Weapons Electrical. So, ich downlade jetzt. So, dauert noch kurz. So, da sind wir jetzt wieder. Jetzt gehen wir erstmal zu Weapons, 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 Weapons. Na, es ist halt, äh, manche sind hier echt flott unterwegs. Na, okay. Sehr gut. 16, 17, 18, 19, 20. Ich denke, pink ist das. Und dem läuf ich jetzt erstmal weg. Hm. Okay, der Trotty. Okay, ich nehme ein paar Stars raus. Das ist gut. Aber, weiter ist noch nichts passiert. Ich frag mal wo. So. So. Wen soll ich vertrauen? Schwarz oder... Lila. Ach. Ach komm, ich trau ihm. Schwarz ist raus. Wenn das nicht weiß, ist Lila. Black ist... Imposter. GG. Win. So, da sind wir auch schon in einem neuen Lobby. Ich denke mir jetzt, ich geh froh und einfach in jeder... jedes Mal in ein neue Lobby. Ja, deswegen sind wir jetzt hier in der neuen Lobby. Ich stelle mir jetzt die zweite Runde der Imposter. I don't know. So, starting in 3, 2, 1... Was geht's? Imposter, let's go. Mitten in, ja, let's go. Das wird was. Okay, fake tasks, admin, swipe and card. Jetzt erstmal. Okay, da sind jetzt 3 drin. Immer ganz im Meeting. Let's go. Wer nimmt mich jetzt verdächtig, ey. Ich bin das erste Mal mein im Leben geführter Imposter. Nee, aber es geht ums Prinzip. Jo. Hm. So. Imposter. Stimmt's ja nicht, aber... So, dann sind wir auch wieder da. Es wurden niemand rausgefordert, aber 2 sind geläftet. Ich such mal kurz mein Maid. Beutel. Hier ist Lime. Gut, ich kann killen. So, Wind. Yes. Win. GG. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. 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 Ciao.